Warum tun wir uns das an? Ist doch schräg, oder? Und dazu ist mir vor kurzem eine interessante Geschichte passiert. Ich hatte Kontakt mit einem Bekannten, der war eigentlich immer so ganz nett. Und dieses Mal, ich weiss auch nicht warum, es war ganz anders. Er war schlecht gelaunt, er hat losgebrüllt wegen irgendwas, wegen gar nichts, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und ich habe damit kein Problem, das ist mir egal, es ist mir wurscht. Und ich habe mir dann so später ein bisschen gedacht, so im Nachgang habe ich mir gedacht, was tun sich eigentlich die Menschen an? Ist doch verrückt, oder? Gerade jetzt bräuchten wir unsere Energie, unseren Power für unser Weiterkommen, für unsere Freude, für den richtigen Fokus und whatever, für welche Dinge überhaupt. Und so viele Menschen, und das ist wirklich verwunderlich, warum schwächen sich diese Leute selber? Denn eine einzige Stunde, eine einzige Stunde Ärger kostet so viel Energie wie zwölf Stunden arbeiten. Ist das verrückt oder verrückt? Eine Stunde Ärgern kostet so viel Energie wie zwölf Stunden arbeiten. Also eine halbe Stunde Ärgern, was dieser Bekannte sicher gemacht hat, also nicht mit mir, sondern sich im Nachhinein noch geärgert hat, keine Ahnung. Der hat jetzt gerade mal sechs Stunden Power verloren. Ist doch verrückt, oder? Das gesamte Immunsystem wird geschwächt. Warum tun wir uns das an? Ist doch schräg, oder? Also die Frage ist nicht nur, wie kann ich Energie tanken, wie kann ich mich aufbauen und stärken, motivieren, sondern eine wichtige Frage ist doch, was kann ich vermeiden, um mich selber nicht zu schwächen? Zum Beispiel durch Ärger, durch Negativität, durch Mangeldenken, durch negative Nachrichten, durch weiss nicht was alles. Es gibt viele Möglichkeiten. Also wenn wir diese Dinge gerade mal weglassen, dann haben wir schon mehr Power. Denn stell dir vor, jeder Mensch, jeder Mensch hat grundsätzlich 100% Energie zur Verfügung. 100%. Was kann ich weglassen, vermeiden, um meine 100% Energie, die ich eigentlich zur Verfügung habe, nicht beim Fenster rauszujagen, und zwar mit beiden Händen, damit sie da bleibt. Und da zählt Ärger sicher an einer der ersten Stellen überhaupt. Kann ich einfach Ärger weglassen? Kann ich das? Ja, kann ich. Ist möglich. Es geht. Halte die Energie, die du hast, und vergeude sie nicht. Die Message von diesem Video. Hey, schön, dass du da bist. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte. Tschüss.